Wahlbetrug mit Ansage. Eine äußerst scharfsinnige Analyse der Linkspartei macht aktuell auf Twitter die Runde. Eine Analyse der Partei, die es ein zweites Mal nach 1994 geschafft hat, in den Bundestag einzuziehen, obwohl sie die 5%-Hürde nicht überschritten hat. Möglich macht das die sogenannte Grundmandatsklausel, welche besagt, dass eine Partei, welche drei Direktmandate oder mehr erzielt, trotzdem in den Bundestag einzuziehen kann, auch wenn sie die 5% nicht erreicht hat. Im Gegensatz zu 1994 hatte die Linkspartei dieses Mal allerdings nur drei Direktmandate und nicht wie 1994 vier Direktmandate. So viel dazu, was schon einer gewissen Überheblichkeit gleicht. Der Ampelcheck, Wahlbetrug mit Ansage, klingt für mich so ein bisschen wie die Überschrift einer absolut drittklassigen Schülerzeitung. Allerdings stammt diese Äußerungen von den beiden Spitzenkandidaten der Linkspartei, nämlich dem aktuellen Fraktionsvorsitzenden Dietmar Bartsch und der Parteivorsitzenden Janine Wessler. Wen es interessiert, Janine Wessler ist nicht die einzige Parteivorsitzende. Neben ihr ist außerdem im Parteivorsitz die absolute Rhetorikgranate und Bundeswehrexpertin Frau Henning-Welzer. Dafür warst du offen, aber nicht für Kampfeinsätze. Nein, genau. Also für Kapitel 6 wäre ich offen, aber nicht für Kampfeinsätze. Welche Kampfeinsätze würdest du denn jetzt bennen? Da muss ich ehrlicherweise sagen, die habe ich nicht alle einzeln im Blick. Hast du eine Idee, wie viele Kampfeinsätze der Bundeswehr aktuell laufen? Nee. Kannst du ein Beispiel nennen, welcher Kampfeinsatz beendet werden soll? Afghanistan ist ja schon beschlossen. Dass da beendet wird? Nee, war ja mal beschlossen, dass es jetzt beendet wird. Ist ja offensichtlich wieder in Frage gestellt. Was ist mit anderen Kampfeinsätzen? Somalia haben wir ja noch zum Beispiel. Das ist ein Kampfeinsatz? Das ist kein Kampfeinsatz, aber das sind Bundeswehrsoldaten. Aber wenn ihr sagt, Kampfeinsätze der Bundeswehr beenden, dann muss es ja mehr als einen geben. Kannst du noch einen anderen nennen? Afghanistan, wo sind wir noch, Martin? Ja, ich habe mein Spickzettel mit. Das war's? Es gibt todsicher mehr. Aber die sollen beendet werden? Ich sage ja, das muss man jetzt im einzelnen Fall prüfen. Aber dass Bundeswehrsoldaten nicht ins Ausland gehören, bleibt Standard. Ja, neben der Tatsache, dass Wahlbetrug bzw. Wahlfälschung strafbar ist, laut § 107 Folgen der StGB, ist es umso amüsanter, dass sich gerade die Linkspartei kritisch mit diesen Worten äußert. Denn war es doch ihre Vorgängerpartei, die SED, die zuletzt 1989 mit dem letzten großen Wahlbetrug auf sich aufmerksam gemacht hat. Aber hey, wir wissen ja, zu DDR-Zeiten hatte die SED stets weit über 99 Prozent Zustimmung der eigenen Bürger. Ja, das ist schon ein starkes Stück, wenn man sich nun öffentlich hinstellt, nachdem man gerade so an den 5 Prozent gekratzt hat und mit Ach und Krach drei Direktmandaten es trotzdem geschafft hat, mit 39 Abgeordneten in den Bundestag einzuziehen, jetzt den drei Parteien, die sich in den Koalitionsverhandlungen befinden, solche Dinge an den Kopf zu hauen. Und dann auch noch diese professionelle Liste hier auszuarbeiten, da gehört schon einiges dazu. Schauen wir uns vielleicht so ein, zwei kleine Punkte von dieser Liste an, die mich ein wenig, ich möchte sagen, fast irritieren. Interessant finde ich den Punkt mit den Sanktionen abschaffen. Sollen damit grundsätzlich alle generell allgemeine Sanktionen, sind bestimmte Sanktionen nur damit gemeint, dass auch das wäre tatsächlich spannend, denn ich bin der festen Überzeugung, dass Sanktionen ein äußerst gutes Mittel sind, um auf andere Staaten, auf Staats- und Regierungschefs einen gewissen Druck auszuüben. Ja, gehen wir direkt zum nächsten darunterliegenden Punkten, nämlich den Waffenexporten. Auch das ist ein Thema, was mir immer wieder ein wenig sauer aufstößt. Und zwar vor dem Hintergrund, dass Waffen per se für Kriege, für Leid, für Elend verantwortlich gemacht werden und somit auch die Waffenexportöre. Das mag bis zu einem gewissen Grund stimmen, allerdings sind Waffen für gewisse Handlungen und Taten nur ein Mittel zum Zweck. Und Schusswaffen, moderne Kriegswaffen, sind im Verhältnis zu anderen älteren Waffengenerationen einfach deutlich effizienter geworden. Ändert aber nichts daran, dass die Ursache für Kriegsführung, für dieses Leid, für dieses Elend nicht die Waffen an sich sind. Ein sehr schönes Beispiel dafür, schön möchte ich eigentlich nicht sagen. Ein passendes Beispiel dafür ist der Völkermord in Ruanda 1994, in dem es die Hutu-Mehrheit in ungefähr dreieinhalb Monaten geschafft hat, knapp eine Million Menschen der Tizi, der dort lebenden Tizi-Minderheit zu ermorden. Und das hat überwiegend mit Hiebwaffen stattgefunden, das Ganze. Das heißt, es wurden Macheten genommen, es wurden Knüppel genutzt, die mit irgendwelchen Nägeln an den Köpfen präpariert wurden. Und damit wurden dann den Leuten tatsächlich die Köpfe eingeschlagen, mit den Macheten, die Hände, die Arme, die Beine abgehackt. Und so haben die es in dreieinhalb Monaten tatsächlich geschafft, zwischen 800.000 und eine Million Menschen umzubringen. Das wäre mit heutigen Kriegsgerätwaffen noch effizienter gelaufen, bestimmt. Allerdings zeigt das mir, dass es bis zu einem gewissen Grad irrelevant ist, welche Waffe benutzt wird. Und natürlich ist es moralisch einfach, sich auf diese Ebene zu stellen und zu sagen, hey, wir wollen am besten, dass niemand Waffen hat. Wir wollen uns alle lieb haben. No borders, no nations. Jeder Mensch ist ein Weltbürger und darf überall leben. Aber so funktioniert die Welt nicht. Auch wenn der ein oder andere das gerne hätte. Auch Erwin von Proletopia würde, glaube ich, gerne in so einer Welt leben. Zumindest sagt er das immer wieder. Für jemanden, der über einen Twitch-Kanal vom Kapitalismus mehr profitiert als 99% der Weltbevölkerung, ist das schon ein starkes Stück. Darum soll es aber gar nicht gehen in diesem Video. Dann hätten wir noch den herunterliegenden Punkt mit den Zwangsräumungen abschaffen. Ja, auch das ist ein Punkt, der mich ein wenig irritiert. Zwangsräumungen abschaffen. Ich würde gern das ein oder andere Gesicht von Linkspolitikern sehen, nachdem ich mich bei ihnen häuslich eingenistet habe, ihr gesamtes Hab und Gut bei eBay Kleinanzeigen verscherbelt habe und dort buchstäblich einen Trümmerhaufen hinterlassen habe, wie dann die Ansichten darüber sind, ob es tatsächlich nicht an der einen oder anderen Stelle sinnvoll sein kann, eine Zwangsräumung durchzuführen oder eben durchzusetzen. Wenn man sich dann die Bilder aus Berlin vor Augen führt, was dort teilweise gemacht wird, auch wie gegen die Polizisten, die nur ihren Job machen, die einfach nur ihre Arbeit machen, vorgegangen wird, Autos von Sachverständigen in Brand gesteckt werden, dann ist dieser Punkt nur schwer nachvollziehbar, wie man sich auf die Seite der Besetzer stellen kann. Aber auch diesen Spagat kriegt die Linkspartei problemlos hin. Ein letzter Punkt noch, der mich ein bisschen gestört hat an diesem Bildchen, war dieser Smiley unten rechts im Bild. Dieser Smiley steht sinnbildlich dafür, wie attraktiv diese Partei für so ziemlich jeden hier lebenden Menschen ist, nämlich überhaupt gar nicht. Und sofern man nicht völlig verstrahlter Proletopia ist oder vielleicht ein alteingesessener SED-Anhänger, glaube ich auch nicht, dass die Linkspartei eine ernsthafte Alternative, geschweige denn Daseinsberechtigung überhaupt noch hat. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Mich wird eure Meinung zu diesem gesamten Thema Ampelkoalition, was da momentan so losgeht, auch sehr spannend, in welche Richtung Ministerposten vergeben werden. Definitiv interessieren. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr es nicht schon gemacht habt und empfehlt ihn auch ruhig an eurem ortsansässigen Dackelklub weiter. Ich würde mich freuen. Ich sage bis zum nächsten Mal und macht's gut.